Radieschen-Tour-Vol. 2 Sollen wir ein bisschen Radball spielen? Ich kicke dir den Stein da vor die Füße und dann schickst du ihn zurück. Ja, finde ich auch. Kannst du noch? Ja. Meine Sensationslust ist unbefriedigt. Schön! Jetzt hast du den Fußabdruck in der Beton gemacht, wenn du so schwer bist. Wir müssen da hinten auf diesen Platz, da fährt ein paar mal komplett runter. Und dann auf den Berghof steil. High Five! Und weiter geht's! Und weiter geht's! Der ist auch besser, oder? Ja. Hm. Hm. Wo ist der nächste Weg? Oink oink! Gleich hast du Kaffee, dann bist der erträglich. Oink oink! Oink oink! Oink oink! Oink oink! Oink oink! Fahr in der Drohne! Man hat irgendwie Angst, sich den kompletten Rahmen da voran zu verschrubben. Ich will das nur einmal durchfahren. Oink oink! Du hast jetzt Federweg. Du hast jetzt Federweg. Sowas musst dir keine Angst mehr machen. Nicht sehr gut! Oink oink! Einfach drüber, Schwung und drüber. Manchmal würde ich dir am liebsten so richtig kräftig hinten rein fahren, damit du einfach mal Schwung drauf kriegst. Danke schön! Hallo! Danke schön! Danke schön! Danke schön! Auch wenn die oberen Lines ein bisschen schwieriger sind, sind sie insgesamt ein bisschen sicherer. Ja, ich weiß. Du kriegst ein Like! Danke schön! Danke!